Alle Fragen sind erlaubt. Du brauchst keinen Daufschein. Der Platz für meine Fragen. Alpha ist echt cool. Essen, trinken, reden, lachen. Die Möglichkeit alle Fragen zu stellen und Zweifel zu äußern. Gespräche zum Nachdenken. Ein Abenteuer. Sich Sinn Fragen zu stellen. Sich auf einen neuen Weg machen. Die Möglichkeit um sich auszutauschen. Zehnmal die Chance auf ein offenes Gespräch über Glaube und Religion. Ich habe Jesus als Freund kennengelernt. Frischen Wind in meinem Leben. Neue Neugier. Sicherheit. Und Stärke. Neue Freundschaften. Bestärkung im Glauben. Ein Gewinn für meine persönliche Weiterentwicklung. Antworten auf meine Fragen. Neue Freude am Glauben. Es geht nicht um richtig oder um falsch. Es geht um mich. Was Glaube für mich ist. Begeisterung und Gemeinschaft. Neue Energie. Neue Energie. Untertitelung des ZDF, 2020